Willkommen zu Kita-Twitter in unserem fast wirklichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin Frau Rechtsanwaltin-Ledertrenner. Hallo, ich bin Rechtsanwaltin-Ledertrenner, wir sind beide von den Kita-Rechtlern und wir müssen über ein sehr interessantes Urteil euch berichten, denn es wird euch gar nicht so unbekannt vorkommen, denn es begab sich, dass eine Person eine Überlastungsanzeige Schrägstrich Gefahrenanzeige beim Arbeitgeber gestellt hat, weil zu wenig Leute nach Auffassung der Überlastungsanzeige schreibenden Person, zu wenig Leute für die anstehenden Aufgaben der Betreuung vor Ort gewesen seien oder vor Ort sind und deshalb man eben hier sich entsprechend beklagen müsse, sich darauf hinweisen müsse und eben auf eine Änderung der Umstände drängen müsse. So, der Arbeitgeber guckt sich den Dienstplan an, nimmt ein bisschen den Taschenrechner und rechnet aus, das kann doch alles gar nicht stimmen, es waren mehr als genügend Leute vor Ort, es waren genügend helfende Hände da, objektiv könne ich, könne man als Arbeitgeber jetzt nachweisen, dass das alles gar nicht sein kann und somit diese Überlastungsanzeige, Schrägstrich Gefahrenanzeige doch nur falsch sein könne und schwuppdiwops, es gab obendrauf eine Abmahnung als Retourkutsche. Das hat sich die Person nicht gefallen lassen und ist zum Arbeitsgericht hin, um diese Abmahnung aus der Personalakte herauszubekommen und es wurde dann gerichtlich was entschieden, Frau Kollegin? Es wurde entschieden, beziehungsweise das Gericht musste sich damit befassen, okay, wir haben einerseits die objektive nachprüfbare Einschätzung des Arbeitgebers und wir haben andererseits eben diese Gefährdungsanzeige durch diese mitarbeitende Person, ich glaube, du hast noch nicht gesagt, was es für eine war, durch die mitarbeitende Person und die beruht in diesem Fall hauptsächlich auf einer subjektiven Einschätzung und das Arbeitsgericht muss jetzt also entscheiden, okay, kommt es tatsächlich nur auf das objektive an, wie der Arbeitgeber gerne hätte oder kommt es nicht auch durchaus maßgeblich eben auf in diesem Moment empfundene subjektive Eindrücke an. Und ja, es kam nach dieser Entscheidung, die auch in der zweiten Instanz so gehalten hat, tatsächlich darauf an, was der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin eben subjektiv so empfindet und was zu dieser Gefährdungsanzeige geführt hat. In der Konsequenz war somit dann die Abmahnung aus der Personalakte herauszunehmen und letztendlich macht das auch total viel Sinn. Also, denn natürlich ist das subjektive Empfinden einer Gefahrensituation bei vielen von uns total unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben das ja auch immer bei der Aufsicht, beim Klettern, wer wie hoch klettern lässt und wer nicht, ist immer natürlich super unterschiedlich einzuschätzen und hat vielleicht auch was mit Erfahrungen zu tun. Was hat man alles schon mal an Unfällen miterlebt oder auch mit einem vielleicht angebrochenen Optimismus da schon immer alles super funktionieren wird. Aber gerade in der Situation, die wir hier in diesem Beispiel hatten, es mag ja rechnerisch so gewesen sein, dass genügend Köpfe und Hände durch den Dienstplan nachweisbar vor Ort gewesen sind. Aber es kann trotzdem, trotz dieser objektiven Anzahl an Menschen subjektiv immer noch nicht für die betroffenen Personen ausgereicht haben. Dass also sich die Umstände dort eben auch so dargestellt haben, dass selbst wenn wir unterstellen, dass es waren genügend Leute dort, die ganze Situation einfach nicht funktioniert hat, weil die Kollegen vielleicht malat waren, weil irgendwas Unvorhergesehenes auch noch hinzu kommt oder einfach auch, wenn man sich nach einer langen, langen Zeit mit überobligatorischer Inanspruchnahme einfach ein wenig ausgelaugt fühlt. Insofern eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Arbeitgeber brauchen also nicht bei Überlastungsanzeigen sofort zu stöhnen, was die sich wieder da einredet, was der wieder denkt. Das kann durchaus erstmal auch sehr legitim sein. Und dann muss man eben in einem zweiten Schritt gucken, okay, was können wir daraus am Ende mitnehmen, um eben Gesundheit und Gefahren zu schützen beziehungsweise abzuwehren. Zumal es ja auch gerade mit so einer Abmahnung könnte der Arbeitgeber ja auch tatsächlich direkt erreichen, dass eben zukünftig in vielleicht dann auch objektiv gefährlichen Situationen keine Gefährdungsanzeige gemacht wird, einfach aus Angst vor einer eigenen Abmahnung. Und das wollen wir ja gerade nicht. Also insofern muss da eben ein gewisser Spielraum natürlich bestehen. Und solange ich nicht leichtfertig irgendwas entsprechendes entäußere, sondern durchaus mir dazu Gedanken mache, ob das jetzt gerade gefährlich sein könnte oder nicht, ist das eben absolut, kann es sehr gut in Ordnung sein. Genau so. Ich schließe mit den berühmten, mit den berühmten Worten der subjektiven Wahrheit. Gerade in Streitereien, dann können beide auch irgendwie, Stichwort subjektive Wahrheit, ja das Gefühl haben im Recht zu sein. Und daher bringt es ja auch nichts, wenn man dem anderen versucht zu beweisen, dass das alles nicht so stimmen kann. Sondern da kommt es auf die Einschätzung sehr wohl ja auch an. In dem Sinne haltet weiter durch. Bis dahin. Ciao. Und aus Ciao! Vielen Dank.